Nach einem Sprint, kurz vorm Ende des Aufwärmens, ist es dann passiert. Ich habe mir die Achillessehne gewusst. Sebastian Ernst erlebt im Februar den schwärzesten Tag seiner Karriere. Beim Aufwärmen reißt ihm die Achillessehne. Sebastian Ernst und sein Weg zurück in die Mannschaft. Darüber spricht er heute in Erzählmal. Der Tag ging eigentlich gut los. Heimspiel, gutes Wetter gegen Darmstadt. Normales Aufwärmen. Das waren die letzten drei Sprints, vorm Reingehen, vorm Trikot anziehen. Dann war es auch schnell vorbei. Also der Tag für mich. Es war ein ganz normales Aufwärmen, fokussiert aufs Spiel. War alles normal, wie es sonst auch ist. Und dann nach einem Sprint, kurz vorm Ende des Aufwärmens, ist es dann passiert. Ich habe mir die Achillessehne gewusst. Was waren fünf bis zehn Sekunden, wo es dir nicht bewusst ist? Weil du gehst ja nicht davon aus, dass dir dir irgendwann mal die Achillessehne reißt. Und ich hatte auch keine Vorbeschwerden. Es war alles in Ordnung, die ganze Woche auch. Ja, und dann sitzt du da fünf bis zehn Sekunden und überlegst, bis du es dann realisierst, dass es die Achillessehne ist. Es hat sich angefühlt wie ein Foul im ersten Moment. Ich hatte wirklich fast gar keine Schmerzen. Ich habe seit dem Tag nicht einmal Schmerzebetten nehmen müssen, bis heute. Und ja, es war schon ein großer Schock, muss ich sagen. Klar, man weiß dann auch, dass es auch direkt der Achillessehne ist. Das hat man gespürt. Deswegen, die Untersuchung gibt dir da nochmal Klarheit. Aber mir war das schon bewusst. Ja, und dann lag ich da erst mal ein paar Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde. Und dann, ja, war schon, ja, will ich gar nicht so gerne darüber nachdenken, wie das nochmal der Tag war. Also, ja, war schlimm. Die ersten Wochen waren schon sehr zäh. Warum trifft es mich? Ja, ausgerechnet mich. Ich hatte keine Vorbeschwerden. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, ich habe mir schon ein paar Fragen gestellt, muss ich sagen. Habe dann viel im Oberkörper gearbeitet, habe viel Training um die Beine herum gemacht. Ich war natürlich auf Krücken die ersten sechs Wochen. Das war keine einfache Zeit. Hatte viel Hilfe um mich herum, muss ich sagen. Konnte kein Auto fahren. Ja, war alles nicht so einfach. Aber es hat alles funktioniert. Ich habe viele, viele nette Nachrichten direkt bekommen. Meine Freunde, meine Familie, die mich natürlich immer überall hingefahren haben, weil ich natürlich nicht mobil war. Ich hatte wirklich viel Unterstützung. Das haben mich auch alle immer mit integriert. Ich war trotzdem immer in der Mannschaft mit drin. Wie gesagt, im Trainingslager war ich auch dabei. Immer unter den Spielern mit dabei. Deswegen habe ich mich schon gut gefühlt. Gerade jetzt, die letzten Wochen, bin ich sehr glücklich, dass ich überhaupt wieder auf dem Platz stehe und auch mit der Mannschaft jetzt trainieren kann. Ich merke, dass ich mein Niveau, mein altes Niveau wieder erreichen kann. Klar hat man immer mal Tage, wo es nicht so läuft, wo man sich ein bisschen motivieren muss, weil alles schwierig ist und vielleicht mal nochmal darüber nachdenkt, wie es passiert ist. Und warum ich aber, ich muss sagen, ich war eigentlich relativ positiv, auch geduldig und war eigentlich immer guter Dinge. Ich habe Teile des Trainings mitgemacht, mal wieder rausgegangen für andere Sachen dann mit Spielformen, Zweikämpfe etc. Und ich bin einfach glücklich, gesund zu sein. Dass mein Bein hält, dass ich mich gut fühle, dass ich merke, dass ich Kraft habe. Alles so wie vorher wird. Das habe ich von Anfang an nicht gedacht. Das war schon schwer. Ja, ist schon schön, dass man wieder zwei Widerspringen kann. Das war eine harte Zeit. Jeden Tag an die Grenze gegangen fürs Comeback. Wirklich lange gewartet. Jetzt auch zweimal, zweimal auf der Bank gesessen schon. Und deswegen ist es so eine Art Belohnung. Und ich habe es einfach genossen in den Minuten. Ich war unendlich froh, dass ich wirklich wieder spielen durfte und meine ersten Minuten sammeln durfte. Unbeschreiblich. Untertitelung. BR 2018